Hallo, wir haben euch heute dieses Buch mitgebracht. Es heißt, Hörst du, wie die Bäume sprechen? Geschrieben wurde es von Peter Wohl Leben. Es ist eins meiner Lieblingsbücher, weil man da ganz viel über den Wald erfahren kann und weil es lustig ist. Tschüss! Liebe Freunde von Lern das Leseleben, Ich glaube, hier in Heidelberg ist dieses Buch nicht so wahnsinnig wichtig, weil schon ganz viele kluge Eltern ihren Kindern, natürlich bei uns ist ja alles voller Wald außenrum, längst vermittelt haben, dass die Natur lebendig ist. Es gibt aber angeblich immer noch viele Leute, die das nicht wissen. Also zum Beispiel wissen die nicht, Tja, was wissen die nicht? Ob es im Wald ein Internet gibt. Wissen Sie das? Tja, ich kann es Ihnen schon verraten. Es gibt es. Und zwar seit Tausenden von Jahren oder seit Millionen von Jahren ist das Internet, also sprich ein Netzwerk, von Pilzfäden durch den ganzen Waldboden gezogen. Und dieses Netzwerk sorgt dafür, dass die Pilze sich auch kilometerweit miteinander unterhalten können. Und manchmal machen sie das dann sogar mit den Bäumen, dass sie denen Informationen weitergeben. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Gifte auftauchen oder schreckliche Feinde auftauchen. Also böse Leute, wie zum Beispiel Schnecken, die einen auffressen können. Zum Beispiel kleine Pflänzchen von Bäumen oder so. Aber darüber hinaus geht es auch darum, was zum Beispiel die Tiere erzählen. Vielleicht interessiert Sie das ja auch. Also ich möchte das immer so gerne wissen, was meine Amsel singt. Oder was das kleine Kerlchen hier unten zu erzählen hat. Oder die Elstern. Oder wer spricht. Der hackt ja nicht nur, um sich die Insekten rauszuholen aus der Baumhaut oder aus der Rinde, sondern die reden ja auch alle miteinander. Und genau darum geht es. Peter Wohlleben, das ist dieser begnadete Förster, der ein Herz für seine Züglinge hat. Der hat ja auch das berühmte Buch geschrieben über die Bäume, die sich miteinander unterhalten und die sehr, sehr lebendige Persönlichkeiten sind. Und hier geht es nun darum, wie das alles funktioniert. Also zum Beispiel das Familienleben im Wald, der Tiere und der Bäume, was im Wald alles erzählt wird, dass jeder Baum anders ist, dass sie großen Durst haben, wie sie mit ihren Nachbarn umgehen und so weiter und so fort. Das sind ganz viele unterschiedliche Kapitel, in denen immer wieder einzelne Fragen diskutiert werden. Und zwar so, dass es für die Kinder immer auch etwas zu tun gibt und etwas zu überprüfen gibt und etwas nachzukontrollieren gibt. Und dass sie wirklich dabei sinnlich begreifen können, dass unsere Natur lebendig ist und dass es deshalb wichtig ist, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Ich habe das übrigens gemerkt, weil ich auch vor kurzem noch sehr dünn war und bei uns im Wald einen Baum, der mich gestört hat, einfach kurz anhand abfällen lassen. Der war noch klein, also man durfte den noch fällen. Aber der Baum daneben hat zwei Jahre gebraucht, bis er seine Blätter nicht mehr hängen ließ. Das heißt, er hat wirklich getrauert um seinen Nachbarn. Jetzt hatte er offensichtlich niemanden mehr zum reden. Bleibt einem nichts anderes übrig, muss man ganz schnell einen neuen Baum pflanzen. Aber noch besser, erst mal gar nicht fällen. Jeder Baum, der in unserer Welt steht, ist eine Person und eine Kostbarkeit. Und darum geht es in diesen Büchern, für Kinder, das möglichst früh zu erleben und zu begreifen. Ja, man muss in Ferien gar nicht unbedingt weit weg fahren. Man kann einfach mit Kindern in den Wald gehen. Zusammen mit diesem Buch sind sehr preisgünstige Ferien und sehr kostbare, wertvolle Ferien. In diesem Sinne, schöne Ferien, wünscht Gabriele Hoffmann. Vielen Dank.